Man sieht, wie groß ein Fußballfeld sein kann. Und die Bäume, die dort weg sind, wir haben über 110.000 Hektar aufgrund von Spuren, von Borkenkäferbefall, aufgrund der Dürre. Und die Bäume, die weg sind, die fehlen nicht nur uns heute, die fehlen den Enkeln und Urenkeln. Und deshalb ist es unsere wirklich vornehmlichste Aufgabe, auch als Politik, dass wir Schadholz rausräumen aus den Wäldern und dann ganz konzertiert und konzentriert wieder aufpflanzen. Und ihr kennt den Begriff Nachhaltigkeit, das wird jetzt auch bei euch eine ganz große Rolle spielen. Und der Begriff Nachhaltigkeit, den nutzt jeder heute. Aber er kommt aus der Forstwirtel, er kommt aus dem Wald. Dass man heute was tut, einen Baum pflanzen, der kostet auch Geld. Und man weiß, man selber hat heute nichts davon. Das war's.